hallo und herzlich willkommen bei virtus namo und folge anno 1800 dank dass wir eingeschaltet habt auf dem kanal ja letzten paar folgen haben wir uns hier wirklich ausgiebig um die kautschuk produktion gekümmert und die läuft jetzt natürlich dementsprechend gut ich habe mir überlegt hier vielleicht noch mal auch tabak mit hinzusetzen ich bin ja natürlich noch ein paar materialien ich überlege da ich nicht hier noch ein boot da habe ich nicht noch was drin was man nutzen könnte ich kann mal drüber ziehen hier hat bräunig den habe ich da ja ich bestimmt noch irgendwas für den tabakumschwörn ich brauche die eine rolle glaube ich dafür noch vielleicht auch die wehen ersetzt die garen von arbeitsfestell erforderlich funktion plus 30 und die ich finde ich die aber auch hier unten aber wir wollen uns jetzt doch mal um die kaffees die man hier da geht noch mehr würde ich behaupten und das hier höher zu pushen und zwar das hier um überarbeiten hat wird auch ein akt generell die ganzen immer schicker machen würde ich behaupten deswegen bleibt einfach mal dran erstmal alles in gang gesetzt dass noch genug material rüber kommt dann gucke ich mal hier ob wir hier noch so eine kaffee hole finden ich weiß gar nicht genau wie die aussieht auf jeden fall ein lila item so was hier holzfurniere verarbeitet ist den bretter zack mitnehmen wir müssen hier auf jeden fall auch nur noch holzproduktion mit ranbringen aber wer ist das denn der dafür sorgt dass hab ich den nicht mehr dass hier kann dass sie die anderen arbeiten boah wie hieß der denn hab ich den irgendwo war meines erachtens nach ein blaues item das hab ich den natürlich schon losgeschickt ne alte welt hat hier noch im boot zu viel umschippern hier können wir nochmal nach dem suchen blub 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 so einer ist es nicht ne mache das ist der ja mit wo haben die das ersetzt das wäre natürlich kacka also ich kann ja suchen vom stapel gelaufen die kann man aber schon mal suchen ne so items die die geleitzigarren so beeinflusst getreidefarm produziert geringst zusätzlich zigarren gibt es da keinen anderen mehr da so zigarrenmanufaktur die gehen auch das ist ein produktionsgebäude ok aber nachdem auch ich das bewertere dann gibt es nur noch den dann haben die das echt rausgenommen das war vorher noch ein anderer definitiv unaussprechliche schrecken erwarten uns so ein schrott das bräuchte eigentlich noch hier so minus 50 prozent und was dann habe ich jetzt natürlich nicht mehr hier rumschauen machst du eigentlich hier rum natürlich ärgerlich kapp terreni die habe ich bestimmt nicht mehr genug da auch von offlagern ne vier ich brauche glaube ich 20 dafür doof gelaufen würde ich mal behaupten na gut den haben wir schon mal hier ist ja ok dann den die minus 50 prozent und die bretter brauchen wir hier aber auf jeden fall auch noch alte welt kann ich hier nicht noch so diese eine hebe rumschwören ne also brauchen wir hier am besten noch mal eine hebe hier habe ich kein boot mehr wie wäre es mit einem kaffee ja klappe äh neue welt komm müssen wir erstmal hier gast gehen hier rumgeeiert und noch nichts gemacht gar nix so die ganze ecke muss jetzt überarbeitet werden machen wir mal ganz mal langsam hilft nix weg damit das hier muss nun auch schick gemacht werden dann geht ja mal gar nicht woanders kann ich den leider nicht hinsetzen außer vielleicht hier hinten hin wäre aber semi weil die eh nach unten müssen also ich würde den schon gern hier lassen hier wo der weg ist ne so ich würde ja die straße mit nutzen hier schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt fangen wir erstmal hier an wir wären dann soweit schön für dich eins zwei drei also hier muss ja nicht auch wieder in sich gleich sein aber hier haben wir ein bisschen weniger platz hier schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt da kommen gerade meine materialien an hiermit eröffne ich feierlich diese kooperative das ganze unterfangen ich bin auch schon der meinung dass das was bringt also hier kommt eh der weg das hier wird der weg also von hier in die schiene lang zack 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 naja kommen wir nicht rum schade sind wir dran das ist mir mal wichtig ein bisschen schön muss es ja trotzdem sein ganz ehrlich den bisschen platz hat man auch noch auf jeden fall gut rum so ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt das ist clear ne da müssen wir ja einmal sowieso hier in die mitte runter ich überlege ob ich nicht hier durchfahre einfach die lende mau materialien da fängt es schon mal an wo sind die alle gelandet in alle gelandet sagt hoch damit ich sehe nichts anderes erwische da abladen war schon mal zwei von dreien hier schön für die menschen kann ich mir auch nichts von kaufen ist von der überfahrt zurückgekehrt schickt ihn direkt hier unten hin geht natürlich auch ist das aufregend eine berühmtheit ist gerade angekommen vernünftiges nope so benzin kann ist da da bist du einen versuch war es wert ja ich bin nicht diese stadt zieht helle köpfe magisch an ok jetzt muss ich mal gehen nochmal ein bisschen erweitern so oh da hängt er echt mittlerweile die punkte mit einem so ein ding alter 250 punkte richtig gut so sieht es schon mal auf jeden fall schwieriger aus würde ich mal behaupten vom stapel gelaufen das musste jetzt in druck gehen so verliere ich zwar diesen punkt hier lass gut sein wir sind schon tot ich hoffe ich ziehe den aber hier rum hier quasi die ganze bahn auch noch hab ich glaube so könnte ein schuh draus werden überflüssig wie scoreboot müssen ja irgendwo ansetzen aktuell können die noch fahren ne fangen peu à peu an abschnitt für abschnitt hm 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 ich versuche 100 optimale Koffi, Koffi, Koffi der Kirchen auf sie haben es in das Land erst sie sind wie an der Reihe trotzdem voll mit aus das ist in meinen Augen immer noch die beste Bauweise den Anschluss benötige ich ja gar nicht mehr wir probieren einfach unser bestes der letzte funktioniert aber nicht mehr die 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 Du trägst keine Krone. Das soll heute genügen. Das muss ich auch nicht immer vergessen. So. Dusch mal weg, weg, weg. Alles unnötige erstmal raus. Also der geht da hin, dann muss der hier sein. Dein vornehmes Getue habe ich schon lange abgelegt. Wir probieren es einfach. Mehr können wir nicht machen. Einer würde quasi nur gehen. Dann hast du mir zu viel. Genau. Das muss erstmal so stehen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. So. Und ein, zwei würde ich denn schon gerne noch dazu kommen. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. So. So. Mal da. Mal da. Mal da. Mal da. Mal da rechts. Mal da. Mal da raus. Mal da raus morgen. Mal da raus. Mal da raus. Mal da drin. auch nicht an mit dem kann aber hier so ansetzen dann oben weg genau wenn der da geht ja würde war sie sind ergeben einer würde vielleicht durch jede ecke passen aber das sagt die u die u sagt er ist schon wieder um komme ich probiere mal mein glück von hier unten an so ein fahrzeug darf gar nicht erst im rückstand hier geraten deck kaffee und ich So. Hier wird ja eine Menge Fehler. So viele auch nicht. Oh ja, weil das Ding auch fehlt. Na klar. So. Damit er da rankommt. So. So. Das ist meine Schiffe, die ich vorhabe für die Espresso, sag ich schon, für die Zigarren unten noch mit einzusetzen. Kann man immer gebrauchen. Hier natürlich wieder über diese kurze Ecke. So. Zu viel mitten im Geget. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da kommt man hier ran. Was für eine Scheiße. Ich wollte eigentlich den rausnehmen. Okay, den gibt's nicht. Okay, den gibt's nicht. So. Da kommt ja eh nur noch einer. Müssen halt die hier alle hier rüber führen. Auf jeden Fall. So. Deswegen bleiben wir hier ruhig mal schlank. Und die Ecke noch. Dann können wir eigentlich quasi die Folge schon beenden. Ich zieh das mal wieder alles dann durch. Ist ja langweilige Arbeit. Aber das ist halt. Da ist dann echt immer die Kunst. Das Optimale rauszuholen. Ich glaub der Anfang ist gemacht. Das sieht hier auf Deck auf jeden Fall auch mit der Bahn jetzt schon wesentlich schicker aus. Finde ich. Ich sag Dank fürs Zusehen. Hoffe euch gefällt's. Wenn ja. Abo da lassen. Glocke klingen. Und so weiter. Erkennt das Spiel von anderen auch. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020